naja tierquäler man sieht es nicht richtig ich baue mir jetzt ein bett auch wasser baut du ein bett ich gebe mir noch meine restlichen vier punkte aus dem scheiße wasser bei uns auch auch überhaupt nicht in der ich habe mich selber gehauen so bei euch jetzt das betten einfach ja stimmt ja wir können ja später neues bauen oder ja hauptsache wir haben erst mal als alter männer stöhnt aber ganz schön komisch gerade was los denn hast du nicht zu trinken hatte mich zu trinken natürlich blöd trinken hat gefällt feiber wir brauchen wieder feiber ohne ende habe ich dabei echt und trinken macht mal jemand den dingens an den ofen und ich habe kein holz foundations bauen so wie gibt es überhaupt einen weg um ein wasser ranzukommen rote aus und die richtung kann es ja bestimmt auch sammeln oder das gibt ja bestimmt auch so ein ding wo du wasser sammeln kannst ähnlich wie das beide bei forest war das ja bei forest kann ich mir schon so kann ich mir einen beutel den beutel kann ich gar nicht basteln kann mir nicht mal einen trinkschlauch basteln waschen hier lösch ja wasser ist ein bisschen problematisch zwei foundations habe ich noch mal aber meinst du das reicht schon so von der größe ich glaube nicht oder noch viel größer ja würde ich würde ich auch sagen aber ich würde ich würde wirklich dann wirklich nicht als riesigen kasten sondern dass man vielleicht wirklich so ein gang dann dazwischen setzen zum nächsten raum oder irgend so was weiß also irgendwie muss das mehr strukturen muss muss das ein bisschen schön aus ja ein bisschen struktur später können wir ja auch soweit ich weiß fenster und ich habe hatte ich nicht als hast du mir nicht selbst gegeben da müsste ich eins übrig haben fünf stück habe ich ich habe eins übrig reicht dir das für ach so da ist ja der krimmich äh trug habe ich noch was fehlt mir denn wunderschön ach okay ich gehe mir wasser holen ich muss was trinken alter ist was für ein weiter weg boah da ist dieser komische riesige dino denn deswegen bin ich da nicht hingegangen fuck okay also nicht mehr rennen und ganz viele bären suchen ja wir haben schon bett werden suchen ist in ordnung ja da um wasser zu kriegen irgendwie weißt du so leckeren fruchtsaft vielleicht gibt mir mal bitte die mit level 15 das leder was du noch hast ich weiß nicht ob du mit level 15 schon die würdige dinger kriegen ist echt nice ich weiß es nicht die sehen halt auch nicht aus wie rohre auf den icons die sehen ja irgendwie ganz anders aus wenn du dir die standard rohre anguckt die pipes die sehen ja nicht aus wie ein rohr auf dem kleinen icon das sieht ja aus wie keine ahnung wie eine pistole oder so danke auch ist ja wo ist der untergrund hier ist der untergrund eventuell das unter dem fallschirm das könnte eventuell noch ein rohr sein jetzt hier runter wir fallen wir runter ne oh mein gott wir sind so abgeschnitten von der augenwelt ich guck mal bloß hier hinten ich gehe mal ein bisschen pflücken und gucken ja ich pflück auch gerade so ein bisschen zeug na ich versuche auf mein stamina also auf rennen zu verzichten aber ich schaffe es nicht lange ich muss gleich wieder los rennen dabei wirklich alles wie viel platz wir eigentlich haben kann man ganze dorf aufbauen ja finde ich gut vielleicht sollte auch unser lager dann irgendwo anders separat bauen das war erstmal so kleine lager mit denen stellen bevor wir jetzt anfangen hier irgendwie so ein riesen haus zu bauen weil irgendwann hast du immer irgendwann voll ja pitches sammeln macht mir spaß ich sammle grad fiber fiber und bären also das bräuchte ich eigentlich auch aber ein bisschen flüssigkeit in dir in den magen bekommen flüssigkeit und nahrung ist wirklich sauviel platz so wo ist denn das dings noch mal ich habe glaube ich nämlich noch fleisch einstecken so für meier machen ins feuer schmeißen da ist auch unendlich viel fleisch und drin das ist ja ich habe ich habe noch mal fünf dazu gepackt oh passt gar nicht alles rein verdammt immer das gammelfleisch raus das müssen wir ja auch schön aufbewahren ja damit ist doch ein fleisch und sind nicht zwei stecks fleisch machen das geht nicht krass kannst du 20 fleisch rein machen ich habe 20 reingelegt ja eins ist aber schon vergammelt weiß nicht an war oder das fertige ding ist vergammelt geht auch oder ein fertig ist das kann natürlich genauso gut sein hat man hier noch ein bisschen die schweren sachen rein ein paar schweine gehen auch noch drei mal gammelfleisch schon einstecken sehr schön nicht einmal ein bisschen gammelfleisch essen quatsch gleich essen mal kurz kacken und einsammeln man sich als war nun wasser pups na klasse konnte ich leider nicht einsammeln und sieht hier noch gar keine lichtstrahlen haben sie jetzt hier noch ein zweiter angefangen ja ich habe es da hingebaut weil du willst doch oh nein wollten ja wegen wer so als kleines lagerhäuschen oder so ja finde ich gut krimi ist tot krimi ist tot wie kommt man denn hier runter aber wir haben ja glücklicherweise mit dem trinken ist echt schlimm mit dem trinken ist echt schlimm alter hier kommt man ja gar nicht runter ich wurde gejagt vor zwei rektoren und ich muss da irgendwo in der nähe noch noch eine andere wasserquelle geben hier an der seite zum beispiel ist doch kein problem hier runter zu laufen auf der anderen seite ist ein bisschen blöd was nö ist total easy hier da sind doch nicht mehr hoch auf der anderen seite komm mal komm mal komm mal zu mir attention ist ja gar nicht flex krimi hier komm mal her flex einfach runter laufen ist doch kein problem oder was äh das problem da unten sind böse diese saur hier gerade mal level 13 geworden oh ja da sehe ich einen ja und da ist wieder ein fleisch vergammelt hab ich doch gar nicht hä was da hast du ein bisschen auch ähm und du hast zu viel ein bisschen ähm holz bei dir ich habe überhaupt kein holz das ist alles in der kiste oben ich habe eine holzwand dabei ich bin gerade nicht okay da unten wie kommen wir an dem vorbei ja ich brauche doch kein wasser warum eigentlich nicht warum brauche ich wasser weil ich nicht sprinte also spritten ja spritten darf man überhaupt nicht doch kacke aber spritten dann ist uns so langsam finde ich gar nicht aus dem kinder die fps noch weiter runter ich ruppel mich ja ich schon durch die gegend ich bin gerade mit zehn fps unterwegs ok oder hier kann man ruhig da noch weniger als ich habe und das erste zeichen sagte jetzt habe ich 17 25 ich habe auch mit der grafik hochgestellt ein bisschen ja ich könnte das ganze auf alles auf niedrig stellen aber das ist ja dann total scheiße ja also ich kann ja mal hier mal demonstrieren ich das jetzt mal auf low stellen dann habt ihr nämlich so ein spiel das sieht schön aus der performance das gefällt mir super performance von 25 fps jetzt haben wir nur 30 25 fps auf low lecker bitte fragt mich nicht warum meine fps so scheiße ist ich weiß das sieht aus wie so ein altes was die spiel was im hintergrund bestimmt noch den e3 stream am laufen gehen wir wieder auf medium alter ach so ist es nacht hätte sein gut und wo ist habe ich keine fetter da und ja ich sammle gerade absichtlich fetsch ach so tanschi ich kann dir mal schnell die woodwall da noch mit hinbauen an deinen kleinen lagerraum brauchst du nicht so ist gleich fertig gebaut ich habe alles ich habe alles brauchst du nicht dass ich das komisch aus kann ich meine großen damit reinbauen ja wo denn wir wissen ja gar nicht wie wir das ding auch aufbauen lassen längstens die hütte gleichmäßig aufbauen ich möchte jetzt mal was jetzt auch noch eine kasten hütte hier oder was na klar ich hatte echt und so ein stopper jetzt wirklich einen kasten machen ich hätte jetzt eigentlich gedacht so einen kleinen vorraum noch daran zu bauen kann man doch noch einen kleinen ich würde einfach nur so eine also erst mal ganz schnell eine hütte hin quasi mit zwei eingängen die ich auch schon gebaut habe oh hier ist auch immer licht weil halt lagerraum da kann man nämlich schnell die bäume ab hä ich habe holzinger gebaut du hast holz gebaut ja lol echt holz gebaut und dann aber nur heute eine testroh ne geil super sieht schön aus was denn hat er was hat struktur man kann sogar durchgucken das dach hast du auch schon fertig nein ok ok Mist ey Leute das habe ich jetzt nicht auch den höre ich nur im hintergrund irgendjemand hat die boxen extrem laut ja irgendwer mal rennt durch die gegend oder macht irgendwas in seinem ne der kämpft da kämpft jemand hat die boxen an echt nee guck mal der steht doch bloß da der krimi der ist in seiner wohnung rumgerannt bei meinem fernseher der sitzt auf seinem stuhl da ist ein gegner der läuft zu mir folgt der mir ne der folgt mir nicht aber wir müssen mal umbringen bevor er zu stark wird ja komm spuck doch spuck doch ist vorbei gespuckt Spucker Dino sie sind auch ein bisschen tot hab ich mich tot gemacht mmm lecker Fleisch ähm da ich darf nicht rennen ich darf nicht rennen oh 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 bin ich gleich verdurstig 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 ja ich verdurstig gleich The Old Republic Star Wars HÖ? wie neues Kontor oder was was machst du denn da jetzt hier ist ja noch holz drinnen holzkohle ist auch noch gut drin wie viel fleisch ist denn drin ja da waren gerade 20 fleisch drin jetzt habe ich irgendwie zehn fleisch rausgeholt kann ich nicht mal rein tun kannst du auch nicht was vergammelt gerade einfach so vergammelt habe ich noch ein bären die fressen kann dem haupt nämlich ein bisschen wasser geben sonst sterbe ich hier immer das gammelfleisch mit ich habe ja schon ein bisschen was jetzt erst mal ein bisschen was sehr gut also ich muss jetzt mal wasser holen ich brauche echt ne wasser ich brauche unbedingt ein wasserbeutel krimi kannst du wasserbeutel bauen ich kann wasserbeutel bauen ich kann glaube ich auch ich habe nur krimi gefahren weil er gerade hier vorbeigelaufen ist aber mit mir da brauchen wir vier heid brauche ich dafür für einen den rest habe ich also fiber habe ich genug ich habe hier heid vier heid einstecken ich komme zurück zu dich eigentlich müssten wir einen haufen beutel haben dann muss einer loslaufen und wasser holen das war ja mein plan nur dabei wurde ich von tieren getötet und tieren und zwei raptor und die hier ja mal der tanschi schon level 14 ich bin schon hell nicht level 13 durch 14 ein level fehlt dir noch und da kannst du die pipes bauen ja das ist ein wichtiger schritt für die für die tanschi halt wird die tanschi halt für die dupeit genau das tanschi heid na flex man das ist so stattlich aus noch nicht mehr springen dann bau doch gar nicht kannst doch kisten bauen ich nicht dass sie mal tages ich gehe jetzt da runter noch mehr wasser was schön dass ich noch ein bisschen erfahrungspunkte gesammelt habe ich kriege irgendwo angriff ich weiß nicht woher ich bin blind ich lauf mal zu flex ich weiß nicht ob es richtig ist ja ich bin blind und ich bin fast tot die anderen habe ich für uns alleine kaputt gemacht mit beiden fps aktuell keine chance und ich bin kurz vom tod tut mir leid ich werde sterben glaube ich da ist gut ja gerade so ich hoffe dass ich jetzt noch runter kommt zum wasser und das war nicht so viel ist ja ich bin echt aber überlegen ob ich das hier so weitermachen kann weil mit den fps das kann ich fast nicht spielen was ist heute anders als sonst das haben wir keine ahnung ist das hat mir im programm ich nehme jetzt sogar von hardware mäßig auf und nicht mehr ich habe gerade den unterschied überlegt was du machst dass du anders machst als du sonst gemacht hast ja ja als erstes eingefallen ist ja ja das riesige die muss immer noch da hinten warum das wird irgendwie immer schlimmer immer schlimmer mit dem aufnahme da schlechtes programm schlechtes spiel nee spiel ist gut aber schlecht programmiert ja ich hoffe der sieht mich nicht ist ja dunkel kann mich gar nicht sehen so hast du hier noch was passt da noch was rein in die kiste oder hast du voll gekloppt doch nicht ach das ist bloß aber da ein bisschen zeug rein hier ich meine angst hier ich bin am wasser ich bin am wasser schnell trinken okay wo ist meine flasche das ist dunkel ich sehe gar nichts mehr was 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 ich auffüllen hat essen und dann gehe ich auch erst mal in richtung alter wir haben auch nicht nur dunkel sondern auch nebel herr ist mir nicht gerade eine flasche gegeben und ja hier habe ich ja aufgehoben muss die flasche höhe liegt immer noch da ist er da ist er war okay ich gehe auch gerade mal nach unten und trinkt mal was aber ich habe ja bei meinem heilungsprozess der riesen sauch ist es ja noch ja wir müssen mal gucken dass wir den irgendwie los werden der steht direkt vor mir der kämpft gegen irgendwas das ist so dunkel denn man sieht die sehen nur so ein schwanz der sich bewegt weil irgendwas kämpft schnell weg rennen ich weiß nicht was er da umbringt aber er bringt irgendwas um ich sehe ja man sieht nicht viel der nebel ist kacke ist absolut vernebelt alles ich glaube ich habe ihn umlaufen und ich habe gekackert das kann der doch riechen schnell weg nicht dass der meine kacke riechen kann keine ahnung ich bin bei dem felsen ich weiß auch gerade nicht so richtig wo ich bin aber ich glaube einfach gerade nach oben nach oben ja du bist richtig ja ja und deinen namen gerade gesehen ich habe überlebt und und wahrscheinlich sterben ja ich habe auch die befürchtung hier kriege ich wieder erfahrungspunkte sehr schön sammelt weiter sammelt weiter ich sammle auch noch steine auf kriegt ja auch ein bisschen was ach hier bin ich raus gekommen bei der sammelhütte hier sieht es aber ganz gut aus ich glaube ich habe hier wasser gefunden aber bis ich oben bin habe ich wieder durst ja aber wenigstens hast du die wasserflasche kannst du auch noch ein bisschen was rein machen also ich bin ich habe eine wasserflasche ich bin jetzt oben habe keinen durst du hast die wasserflasche ach so ich dachte du hast eine verdammt erschreckt er mich man werde ich jetzt ein raptor der raptor macht mich gerade tot ich bin tot gefährlich die spornet bett die wichtigen sachen in die in die kiste gelegt wir brauchen gar keine gegner wir sterben auch so nachts ist echt gefährlich gefährlich ist ja nur nachts es wird ja gar nicht mehr tag es wird schon noch mal gucken wir mal haben zwei uhr morgens jetzt sehe ich gar nichts mehr also doch ein bisschen aber ich finde das so schön hier mit dem mond ist alles klang ich kann ja mal fackel anmachen leute seht ihr vielleicht noch ein bisschen was ja hier ist licht denn sie hat licht gemacht wo jetzt ist licht weg oder wie jetzt ist licht weg weil ja weil ich bin ja mein menü wenn ich überlege habe ich bauen kann der was könnten bauen vielleicht noch untergrund oder vielleicht irgendetwas anderes tätsches untergründe kommt tätsches untergründe ist immer gut zwei stück bloß warum warum weil mir langsam das fiber ausgeht und die tätsches und das holz geben wir alles aus grad ich habe einfach ein bisschen holz reingeschmissen licht bekommen und händchen ein arsch wird gerüstet 6 ich bin heiß okay ich nehme mal das wieder raus und das wieder raus und dann gucke ich mal ob ich mir hier irgendwas basteln was ist denn das ding 3 ist das breit ich habe ja nichts mehr hier könnte man vielleicht quasi anbauen vielleicht vielleicht so ein bisschen nach hinten das war von vorne so struktur drin hat jetzt hier vielleicht ein zimmer dran mal gucken mal gucken kann ich kann ich fackel bauen ich kann keine fackel bauen du brauchst dein flint stone du brauchst flint stone für eine fackel hm wieso brauche ich für eine fackel da musst du doch anmachen die total unlogisch musst du doch anmachen da brauchst du einen feuerstein für so gut da hast du recht ähm wo bist du wohl neben dir ich weiß das gerade aber wenn man die fackel ein hat ist man gar nichts mehr in der ich hab was für dich bestimmt in der wasserflasche vielleicht in der wasserflasche ich sehe aber auch gar nichts ich sehe auch gar nichts ein t-shirt oh ich hab auch ein t-shirt juhu jetzt wird es nicht mehr kalt na doch so leute es ist manchmal ist es etwas dunkler bei mir es ist aber okay muss ja manchmal so sein so lieber sagen wir noch ein paar steinchen raus brauche ich auch ein stein für die fackel jetzt könnte ich noch ein bisschen was bauen und flint krimi hast du flint auch mal ein flint ich hole dir ok einen konnte ich bauen na ich guck gerade ob ich mir eine ich kann meine pickaxe bauen also ich habe jetzt für dich geholt oder brauchst du nicht mehr ich habe voll angst das sind die noch kommen oder so die mich dann tot machen ich bin genau vor dir jetzt kann ich mir wenigstens die fackel bauen ich habe meine pickaxe kaputt damit wir hier ein bisschen was sehen oh schön aber es wird auch gerade Tag ist auch schön nein es wird Tag okay aber das Wasser hält echt lang muss ich sagen was ich da geholt habe ja meins auch hält super ja ich mach tot ja ich auch alter was ist das denn hier sieht so schön aus was fehlt denn jetzt eigentlich noch Tatches ne ich sammle gerade Tatches wie ein Beklopter wenn wir Tatchwolves machen wollen müssen wir Tatches sammeln weil aus Holz also wenn wir das alles aus Holz gebaut hätten hätte vielleicht ein bisschen länger gedauert da war aber auch kein Wald mehr gewesen hallo hallo mir fehlt oh na toll das ist ja nett das ist ja echt nett weißt du ich gehe extra in die Ecke damit ich in Ruhe kacken kann und dann kommst du mir hinterher geschissen dann sagst du noch hallo ja dann klar dann sag halt ich hallo ich möchte ja die Peinlichkeit übertinschen achso über Tinschen ja über Tinschen würde ich das über Tinschen ja wir sammeln jetzt gemeinsam XP hier geil oh yeah wenn ich irgendwie was sehen würde ich dachte das Gras wird wieder doch da wird es hell wenn du hier in Dunkle guckst siehst du gar nichts so ich gehe mal ich muss noch ein bisschen Dings aufsammeln Fiber brauche ich jetzt noch ein bisschen das wird ein bisschen schwieriger hier aufzutreiben da ist ein bisschen was jammeln 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 ich bin eine Sammelfin es hat sich ja es hat sich ja einer in den Kommentaren äh 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 ja nicht direkt beschwert aber halt angemerkt dass wir total dass es bei uns total langweilig und einfach ist weil uns überhaupt keine Dinos angreifen bei ihm kommen nach 5 Minuten schon immer welche und töten ihn ja kommt auf die Stelle an ne ja ich glaube auch und hier haben wir ja jetzt auch ein bisschen mehr Action habt ihr ja gesehen Action ich gehe wieder in die andere Richtung ich glaube ich ziehe die Hose wieder aus das sieht dann besser aus ich laufe gerade mal ein bisschen in Swordperson rum das würde doch besser aussehen wenn ich die Hose nicht anhätte ach so Fanservice Fanservice genau genau jeder will Tenshis Arsch doch gerne mal sehen da ist doch eine Kinder da so Flexman da ist der Flexman ok was macht der da da steht da rum das ist die Vogelscheuche das ist unsere Vogelscheuche hält die Dinos weg ja ok dann baue ich noch ein paar und was ein paar Untergründe wollte ich bauen jetzt habe ich einen gebaut what the fuck und mangelt es denn hier Fiber ist immer noch Mangelware gibt es ja gar nicht ja sobald es jetzt wieder hier ein kleines bisschen heller wird auch auf unserer Ecke werde ich auch noch mal eine Runde Fiber sammeln Fiber 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 ich hätte gerne Fiber da 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 ah zum Glück greifen uns die Dinos gerade nicht an zum Glück ist das bei uns zu langweilig total total langweilig hier vorsichtig eigentlich braucht man so ein totes Counter die hat aber schon ein paar die hat auch schon ein paar Muskeln hier die kleine hier so so wenig Fiber aber genug Fiber und zwei Dings zu bauen eigentlich muss ich so Dünnpfiff kriegen es ist ein bisschen besser ich habe jetzt ein paar Einstellungen geändert aber es sieht halt nicht mehr so voll aus aber es ist besser wir sind jetzt bei 20 FPS nein ich habe mein Wasser getrunken das wollte ich doch gar nicht ich habe keine Ahnung was sich hier geändert hat es kamen ja tausende Patches vielleicht gibt es ja da auch ein paar Patches die das wieder gedowngradet haben downgrade die das wieder gedowne ist die das wieder gedowne ist okay Vielen Dank.